Nadine hat schon immer die Natur gelebt und hatte seit Monaten darauf gebrannt, eine Wandertour zu machen. Als ihre Freunde einen Urlaub in der kanadischen Wildnis vorschlugen, ergriff sie die Gelegenheit. Während sie ihre Ausrüstung zusammenstellte und sich auf den Weg machte, war Nadines Herz voller Vorfreude und Aufregung. Die Sonne schienen, die Vögel und sie konnte es kaum erwarten zu sehen, welche Abenteuer sie erwarteten. Doch während sie so vor sich hin wanderten, begann sich ein Gefühl der Unruhe in ihr auszubreiten. Sie hatte Geschichten über Bären in der Gegend gehört und der Gedanke, einem zu begegnen, erfüllte sie mit Furcht. Gerade als sie anfing, sich wirklich zu sorgen, nährte sich am Parkranger mit einem freundlichen Lächeln. Willkommen in unserem Park! Bevor sie sich auf ihre Wanderung begeben, möchte ich Ihnen wichtige Informationen mitgeben, unter anderem, wie sie sich im Bärengebiet sicher aufhalten können. Die Stimmung des Rangers wurde ernst, als er sagte, dass Bären in der Gegend eine sehr reale Gefahr sind. Braunbären sind im Allgemeinen harmlos und versuchen normalerweise den Kontakt mit Menschen zu vermeiden. Es ist jedoch immer noch wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wir schlagen vor, kleine Glocken an ihren Rucksäcken anzubringen, damit die Bären sie hören können, wenn sie sich nähern und genügend Zeit haben, ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Wanderer hörten aufmerksam zu und nickten verständnisvoll. Aber der Ranger war noch nicht fertig. Nun, wenn es um Grizzlybären geht, ist das aber eine andere Geschichte, warnte er. Sie können extrem gefährlich sein und es ist entscheidend, dass sie wissen, wie sie sie erkennen und ihnen ausweichen können. An diesem Punkt konnte Nadine nicht anders als nachzuhaken. Wenn wir beispielsweise Bärenkot sehen, worin erkennen wir, ob es sich um einen Braunbären oder einen Grizzlybären handelt? Das Gesicht des Rangers verzog sich zu einem schiefen Lächeln. Nun, das ist einfach. Grizzlybärenkot ist voller kleiner Glöckchen.